hallo leute willkommen bei unserem minecraft feed the beast monster projekt und gleich mal ein update ich kam gerade auf den server und habe mir gedacht warum geht das ich bin hier an den tisch gegangen oder an das terminal und irgendwie war da nix das ganze system war offline und das sah ungefähr so aus es hat sich also nicht verbunden und egal welches kabel ich mir in hand gelegt habe es wollte sich nicht wieder verbinden und die man und die generatoren waren alle aus fand ich schon sehr merkwürdig ja im e-controller weggenommen im e-controller hingesetzt und es ging auch wieder also sehr merkwürdiger back auf jeden fall haben wir hier item dax denn ich habe da oben schon mal angefangen und hier ein bisschen was entfernt und wie man sieht es wird leerer dieser raum bleibt dann vorerst leer mal sehen was sie noch so hinkommt auf jeden fall soll in die werkstatt noch ein terminal und ja ich habe mich mal dran gemacht und habe in unserer meinen welt quatsch in dieser da können wir übrigens noch ein schild machen in der biofuel welt eine endosermic pump hingesetzt kann man mal kurz rein springen ich hoffe hier ist auch keiner wo auch zu fack ist hier passiert ach du scheiße haben wir eine schaufel dabei wir haben keine schaufel dabei ach du ahnst es nicht wir können uns damit habe ich ja jetzt nicht gerechnet okay ich hoffe wir kriegen das hier weg warum macht man das denn weg ich will wieder zu meinem portal ja auf jeden fall ach du scheiße war hier überall biofuel und jetzt ist das nicht mehr so setzen sich die blöcke schneller als dass ich was machen kann hier ist auf jeden fall wieder das grundgestein ach du ahnst es nicht ich komme hier nicht mehr raus das gibt es doch gar nicht wo ist denn unsere ender pumpe hin das gibt es doch gar nicht ach du scheiße alter was denn jetzt ist alles weg oder was was ist das was ist das für eine scheiße super start würde ich sagen da hinten ist auf jeden fall das ist natürlich sehr geil ach du hast es nicht damit kriegst gar nicht weg damit auch nicht aber die stimmt doch hier okay ja hauptsache es funktioniert und wir kriegen da irgendwie noch wieder zeugs raus okay wir sind hauptsache wir sind hier zurück schilder habe ich gar keine schilder mehr schade eigentlich hatte ich nicht irgendwo schilder in irgendeiner kiste ja gefährlich gefährlich ich würde sagen das buch nehmen wir raus legen es auf den anbaus und beschriften es das nennen wir biofuel bug welt kostet 7 xp können wir das jetzt darauf legen ja ich würde sagen das kommt dann hier mal rein ach du ahnst es nicht ey das hätte ich ja nun gar nicht erwartet haben wir noch wir haben noch ein paar tanks ich würde ja gerne mal wissen ob das dann noch das fühlt sich nicht mehr nach weil die tank äh weil die pumpe weg ist ja super okay dann machen wir es halt so 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 tatsache da fühlt sich nichts mehr nach das ist ja doof ja gut das sollte heute aber gar nicht thema sein darum werde ich mich mal auf camp kümmern womit man das am besten wegbauen kann und wie man sich am besten davor schützt das nimmt ja irgendwie alles ein und naja ok auf jeden fall möchte ich heute ähm diesen smd chamber film und das ist nennt sich dann den encoder und was haben wir da drin da ist er nicht den provider haben wir drinnen also brauchen wir den encoder wo ist er denn encoder und den baut man wie folgt wieder eine matrix das sollten wir auf jeden fall noch hinkriegen ein bisschen eisen bisschen crafting table und dann läuft die ganze sache ähm wir müssen eigentlich jetzt hier rein gehen kannst du uns das warte mal wir können ja mal ausprobieren ob er uns das kräftet überlegen wir mal überlegen wir mal auto search nein standard wäre unten aha gut wird nämlich unten dann synchronisiert so da ist ja auch übrigens schon ne ne moment wir machen das da kann ich hin also müssen wir auf auto search standard genau so f rezept du hast du noch kein holz ich hab noch kein holz reingeführt verdammt ähm ja das rezept hat sich gleich wieder gelöscht schade ja dann machen wir das von hand weil ich die 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 ähm holz das holz äh speichermodul noch nicht drin habe beziehungsweise noch gar keins gebaut ähm das soll auch mit einer automatischen farm laufen und dann haben wir auf jeden fall genug holz so Quarz brauchen wir brauchen das brauchen wir jetzt habe ich die ganze das ganze zeug auch da wahrscheinlich schon reingeschmissen ne davon haben wir noch genau zwei oh davon haben wir auch noch zwei hier brauche ich auch ein und dann brauche ich eisen weil eisen habe ich noch nicht kann ich denn irgendwas reinschmeißen obsidian könnte ich reinschmeißen äh davon brauche ich ich glaube fünf waren das fünf so und ich brauche redstone und glowstone äh redstone habe ich glowstone einfach mal zur sicherheit mitnehmen so dann basteln wir uns mal schnell eine matrix eine matrix gegen äh lalala und es regnet schon wieder ist das nicht schön und es gewittert dazu auch noch das ist hervorragend das finde ich voll scheiße ah siehst du ich brauche nämlich noch mehr eisen ein prozessor in die mitte und oben das unten das und wir haben die matrix so jetzt brauche ich noch viel weitere eisen und da ich oben noch kein crafting table habe dann brauchen wir ja den crafting table habe ich natürlich gerade verloren wo den dort hin gehen dort hin irgendwie so mit eisen und dann noch ein bisschen mehr eisen und damit haben wir den encoder so ähm mit dem encoder kann man ganz tolle sache machen jetzt muss ich es dann nur noch mal finden das hier wir brauchen noch mehr zettus quarts so viel hatten wir gar nicht mehr ich habe schon überall nachgeguckt ich glaube haben wir auf ein zettus quarts ein teil kann das irgendwie zurück wandeln in einem kompressor kann ich es wieder zurück wandeln 27 hier habe ich noch 19 das habe ich hier auch schon mehr gemacht ja kompressor dann kommst du heute mal zum einsatz der kompressor sollte man ein bisschen komprimieren das ganze so hab ich hier noch hab ich hier noch brauche ich mal 20 so mit einem können wir schon was anfangen das ist gut und ich brauche glas das ist nur ein tank und ich habe glas habe ich ne glas habe ich noch cool so jetzt müssen wir mal gucken wir brauchen zwei glas zapp zapp mit bisschen glowstone ein bisschen eisen und ein zettus quarts eisen und damit haben wir einen blank pattern hab ich hier schon glas reingeschmissen ne heute noch nicht ok so der kommt so hin ich glaube den können wir da unten hinschmeißen der braucht nichts alles klar so was kann man mit dem machen mit dem kann ganz tolle sachen machen und wir werden uns mal ich kann nichts weg gehen müssen 1k 16k ich finde das sind nämlich tolle teile muss ich den echt erst aufbauen da oder was das ist ja doof was ist denn wenn ich da jetzt rausgehe gut gut er behält es aha 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 ok glas können wir dort auch schon reinsetzen ja da muss ich wohl oder übel oder übel nochmal aha scheiße das ganze mal 3 sind 12 das kriegen wir noch hin dann haben wir auf jeden Fall schon den holz ähm speicherbaustein das trifft sich gut dass du fertig bist euch nehmen wir wieder mit raus dann kommt ihr wieder hier rein und dann werden wir noch ein bisschen glas herstellen sand habe ich natürlich auch schon weg gehauen ach man ey ja toll wo ist sand wo ist sand sand ist hier das müssen wir noch ein bisschen ändern ich möchte eigentlich hier noch eine Treppe runter haben so dann bastel bastel stunde zipp 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 redstone und gott kriegen wir hin die dort hin davon brauchen wir quatsch man die kommen doch da gar nicht hin 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zapp 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 1 2 3 so stufe 1 dann machen wir mit redstone und da brauchen wir noch mehr oh und etwas glas in der mitte den nach oben dort ein glasblock und klack 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 verdammt siehst du wir haben zu wenig ach wo ist es was mache ich denn hier ey ähm ja hm wir haben hier noch zwei mini chiles hier steht was brot jetzt muss ich mal gucken ob wir jetzt hier wirklich noch genug ressourcen haben ey nether quads nether quads haben wir noch davon haben wir noch einen und hier warum ist das noch einer ja habe ich so viele schon verbraucht oha ha nicht schön hier nehmen wir uns noch mal ein halbes deck raus und dann brauchen wir vielleicht noch ein bisschen glowstone aber glowstone dann habe ich noch ok ja toll ganz wunderbärchen ist das natürlich wir brauchen natürlich alles doppelt und dreifach schnack hier auch nicht mehr mit dem kunden habe ich auch nicht mehr also ich bin sehr schlecht vorbereitet heute Silikon nehmen wir uns raus wir nehmen uns hier ein bisschen Gold raus wir nehmen uns noch ein bisschen mehr Redstone raus und vielleicht noch ein bisschen mehr Glowstone und dann gucken wir das Ganze uns nochmal an ich glaube die Folgen gehen heute 5 Minuten länger das gönne ich mir einfach mal das gönne ich euch so, so so und so und dann machen wir uns daraus mal 10 und 4 Prozessoren haben wir dann noch das ist nicht wirklich viel das wird auch niemals reichen ärgerlich ärgerlich was wollte ich jetzt hier Glas ist fertig das ist schön Zettel's Quatsch ist auch ein bisschen was fertig so zapp 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 nochmal 3 und ja habe ich echt keine Mimitscheiz mehr ich weiß nicht beim Transport hier rüber sind auch ist auch irgendwie was verloren gegangen habe ich das Gefühl und das ist aber irgendwie doof vielleicht habe ich ja oben noch welche vielleicht haben wir hier irgendwo noch Glück vielleicht sind die Anfängskisten ne nein auch nicht auch nicht auch nicht verdammt ja wohlüber übel müssten wir dann ähm die auf die Herstellungs äh die Standardweise wir brauchen auf jeden Fall noch ein Assembly Table das wird auf jeden Fall dann äh in der nächsten Woche kommen dass wir mit dem Assembly Table arbeiten denn die kann man ja auch nee kommen die im Assembly Table machen relativ günstig so 8 und wir brauchen mehr Zettel Squads euch raus euch rein ein der Kompressor ist wirklich sehr sehr langsam zapp 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 und noch einen also zwei Stück brauchen wir noch ne das reicht noch nicht zapp und wir brauchen noch mehr Pattern pittan 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 dafür brauchen wir auch wieder zumindest müssen wir ja nur dass die die Sachen reinlegen das ist ja Gott sei Dank nicht so teuer oder das kostet ja gar nichts wo gemeldet 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 so zapp gehen wir nach oben hier ein bisschen Glas hin da zapp 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 und damit bauen wir dann dieses Segment äh vielleicht sollte ich das auch auf dem Pattern äh hm egal so ähm um den dann brauchen wir so okay zapp 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 machen wir diese drei und Gloucester und statt das brauchen wir das so zapp und dann müssen wir nur noch ein bisschen Redzone okay das können wir können wir nämlich das hier auf unseren Pattern schreiben zapp so oh encode und damit weiß jetzt wie er es machen muss zumindest ähm dieses Modul ähm 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 kräft ähm 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 kräft Aber er kann das nämlich nicht craften, weil er nicht weiß, wie er die Vorgänge, die anderen Sachen machen muss. Cancel. Gott. Ich weiß nicht, ob man dafür alle Rezepte reinpacken muss oder nur die Hauptrezepte. Was steht da drauf? Oh, Männchen. Äh, Gott. So, so. Ein Storage-Block. Ja gut, den müsst ihr ihm natürlich auch noch sagen, wie er den zu bauen hat. Das heißt also, wir bauen nochmal... Habe ich dafür noch alles? Natürlich nicht. Doch. Aber ich brauche dazu einen Pattern. Einen paar Pattern. Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Zertus-Quartz haben wir ja. Das ist gut. Ähm, Pattern. Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Glas mehr. Zup-zup-zup. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Zup-tup-tup-tup. Zup-tup-tup. Äh. Äh. Bin ich heute noch nicht ganz in Form. Hm. Ja. Zup-tup-tup. Zup-tup-tup. Zup-tup-tup-tup. Vielen Dank.